Willkommen zurück, da fährst du einfach an mir vorbei, zu Gran Turismo 6, jetzt auf Lead Forest Raceway. Das ist momentan die Strecke, die glaube ich die Abstimmung sogar anführt. Freut mich sehr, dass die Strecke so gefallen findet, denn ich mag die auch. Oh, der hat aber doch ein paar Umdrehungen mehr, der Honda. Wir haben Wagen gewechselt. Wie viel hat der GTR maximal? 8500 glaube ich. Tja, kannst du mal sehen. Ja ja, 8250 oder irgend so ein Käse. Ich weiß auch, dass er bei knapp über 8000 anfängt und eiert. So will aber kann nicht. Wir fahren die Wagen übrigens komplett getunt. Wer da angeschossen kommt hinter mir. Wer da rausgeschossen kommt hinter mir. Ja, ich muss ein bisschen Abstand lassen, sonst hilft jede 2 Gurken später wieder auf der Stoßstange. Wenn übrigens irgendeine Langeweile haben sollte, dann schau. Schnapp dir doch mal einen GT500 Wagen. Mach eine Online-Hobie für dich selbst auf. Und guck mal, wie der Reifenverschleiß so bei normalen Reifenverschleiß-Einstellungen ist. Oder ob wir lieber auch schnell fahren. Ich würde sagen, normal dürfte eigentlich reichen. Ich krieg nicht mal die Kurve. Das ist echt. Also mit dem Honda musst du schon aufpassen. Hurra. Der bricht mir irgendwie schneller aus. Vielleicht ist die Cluster einfach zu groß für diese kleine Strecke. Na, finde ich nicht. Im dritten drehen die Hinterräder noch durch. Ja. Also der HSV will immer so ein bisschen abhören. Im Gegensatz zu dem anderen HSV. Der Hamburger Sportverein will nichts abheben. Ich glaube euch nicht, dass alle Spieler zusammen irgendwie 800 PS auf die Straße kriegen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass sie bei den Autos scheiß auf die KW-Zahl. Ich hätte lieber die PS-Zahl da stehen. Warum? Der PS ist halt keine Einheit. Die PS-Zahl da stehen. Das ist halt keine Einheit. Die PS-Zahl, welches geht. Ja ... Oh, 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 das wird gesammelt. Ah, fahrt ... ja, okay, fahrt auch nicht mit mir vorbei, du hast aber die Kontrolle verloren. Kano Taurus schreibt mir eine Nachricht, warum schreibt mir Kano die Nachricht? Wahrscheinlich, weil er sieht, dass wir beide online fahren. Würde ja gerne antworten, aber ich kann nicht. Also, momentan, finde ich, kann man nicht feststellen, dass der HSV irgendwie OP ist. Er ist OP, wenn man eine Leistungsbeschränkung drin hat. Also, wenn er jetzt den GTR auf die 448 hat der HSV, ne? 648. 648, ja. Dann hör die Korrektur. Wenn du den da drauf runter tunest, dann ist der HSV natürlich ein bisschen stärker. ... 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 Weißt du, wenn du die Kisten nicht beim Anbremsen schon quer stellst, spätestens beim wieder aufs Gas latschen? Genau das. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich kann anhand von deinen Lenkradgeräuschen schon hören, was bei dir schon wieder abgeht. Also ich fahr konstant zu 8er, 9er Zeiten. Die 5, 6er ist irgendwie ein Ausrutscher gewesen, da komm ich nicht mehr dran. Ja, ich hab 178, 173. Okay. 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 Ey, unglaublich. Okay. 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 Du brauchst hier den Kurven-Scheitelpunkt. Nur ein paar Zentimeterchen verpassen und schon passt nichts mehr. Tragisch. 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 Du brauchst mir auch nicht aufs Lenkrad legen, wenn ich's eh nicht einstellen kann. Ich glaub in normalen Online-Rennen kann man sie einstellen. Bloß halt in diesen Zeitdingern nicht. Und wieder eine 1.8. Ne, diesmal eine 1.7. Ich hab jetzt 1.5 und bin noch nicht mal im Ziel. Jawoll, 1.26. Überragend. Ich muss echt häufiger Gran Turismo zocken. Ich muss echt häufiger Gran Turismo zocken. Nicht das Ding in die Ecke schmeißen, sondern weiterfahren. 1.06. 1.06. 1.06. 2.0. 1. 1.6. 8. So, letzte Runde. Ja! Fuck, in die Box reingefahren. Hör auf mich zur Nacht zu bringen, ich muss doch mal eine 1.5 fahren. 1.13.8 mit Boxenstopp, fett oder? Dabei habe ich den Curb schon ideal getroffen. Und dann setzt im vierten Gang nochmal kurz Wheelspin ein und dann geht's... Komm schon, boom! In der letzten Runde nochmal eine neue Bestzeit rausgehauen. So, an der Stelle schon mal ein kleiner Hinweis für die Leute, die an der Meisterschaft teilnehmen. Diese Stelle hier, also wir fahren natürlich ohne Strafen, aber wer hier drüber fährt, wer das zu häufig macht, wird disqualifiziert. Sollte sich von selbst verstehen, ja? Um den Wagen abzufangen, drüber fahren, kein Problem. Um einer Kollision aus dem Weg zu gehen, kein Problem. Sollange man sich keinen Vorteil dadurch verschafft, wenn man da öfter drüber fährt, dann... Tut's mir leid, Disqualifikation. Videoanalyse erfolgt nach jedem Rennen. Mach's vorbei? Ja, durchaus. Also wenn irgendjemand mir irgendwas schreibt, von wegen, ja, der hat da und da abgekürzt oder so, dann guck ich mir das an. Und wenn ich das für wahr befinde, dann gibt's eine Strafe, die halt im schlimmsten Fall Disqualifikation ist. Ansonsten eine Zeitstrafe von zehn Sekunden oder was? Yes. So, Epic Conclusion. Ist der HSV jetzt stärker als der GTR? Ich glaube nicht so. Nicht unbedingt. Also, die Strecke liegt mir eigentlich ganz gut. Und ich war jetzt wieviel, anderthalb Sekunden vor dir? Äh, 1,1. Siehste? Das ist ungefähr das, was wir auf Laguna Seca miteinander hatten. Also unsere Conclusion ist, HSV und GTR sind ungefähr gleich stark, wenn man sie nicht aufs gleiche LP-Niveau runterdrosselt. Und in der nächsten Folge testen wir natürlich nochmal ein paar andere Wagen, wie zum Beispiel den, den ich wahrscheinlich fahren werde. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.